Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Brave Final Fantasy 8 Hey, was soll das? Letztes Mal wollten wir Lyon retten und die ist irgendwo in Ester also nicht irgendwo in Ester, sondern genauer gesagt in Odins Labor in Ester gefangen und ich bin mir eigentlich nicht sicher, aber irgendwie müssen wir ihre Zelle noch aufbekommen bevor wir sie rausholen können und irgendwie habe ich das letztes Mal doch nicht geschafft oder so Keine Ahnung, schauen wir nochmal Irgendwo hier oben muss nämlich der Schalter für die Zelle sein Hmm... Ah ja, das war wohl der falsche Schalter letztes Mal Ah, ok Tja, da war ich wohl bei der falschen Tastatur Egal, jetzt einfach runter gehen und... So ist mein Mikro so laut Ah, ok Einfach runter gehen und... Elyon retten Dann haben wir das glaube ich für heute mal Ich bin zwar jetzt noch nicht auf einer LAN-Party, aber dieses Wochenende auf einer LAN-Party und deswegen kommen wahrscheinlich die Folgen... Ich versuche, dass ich die Folgen täglich noch irgendwie drauf bekomme Allerdings... Kann sein, dass dann einige... Dass dann ein Tag oder zwei Tage jetzt keine Folge kommt Oh... Hallo Elyon Also nicht böse sein Ich brauche auch meinen Spaß Nicht, dass das kein Spaß wäre hier Ah ok Final Fantasy 9 wäre natürlich noch mehr Spaß als das 8er Aber dazu kommen wir erst Ja Gut, das war die letzte Laguna-Sequenz Das heißt... Kein Laguna mehr für uns In diesem Spiel Schade, schade Zumindest sind wir jetzt zu uns gekommen Und die anderen sind natürlich nachgekommen jetzt mit dem Aufzug Auch wenn nicht genau klar ist Wie die das geschafft haben Ok... Und... Wir werden mal begrüßt Von irgendjemandem aus Esthar Hoffentlich Oh oh Das klingt nach einem fairen Angebot, ja Ja Ja... Lass die Mama sprechen Kleiner Pupp Oh... Ich hoffe das ist jetzt keine Falle Hm... Da trauen wir ihn mal Ja... Und mit kaum in den Esthar Eine ziemlich große... Also in Laguna-Sequenz haben wir ja noch nicht allzu viel davon gesehen Es ist eine... Also nicht ziemlich große, sondern sogar eine riesengroße Stadt Mit allem... Allem möglichen Zeugs drinnen Also... Also sogar einen... Einen eigenen... Eine eigene Landebahn Ein riesengroßes... Shopping-Zentrum Und... Eine... Ja genau... Die Residenz Also so ein Residenz Oder was auch immer das sein soll Und noch vieles anderes Und... Esther ist sicher die... Also... Zwar nicht unbedingt die interessanteste Stadt Aber zumindest die coolste Stadt Weil die interessanteste Stadt würde ich schon fast sagen Ist Fisherman's Horizon Also... Die ist wirklich auch vom Design her gut gelungen Aber Esther ist ziemlich cool Also da kann... FH nicht mithalten Oh... Und ETR hat jetzt dem Esther-Typen erzählt Was sie haben will Also... Dass Odinir die böse Hexe austreibt Ich bin gespannt ob... Oh... Hey... Das ist Professor Odin Den... Den kennen wir schon Übrigens... Ich hoffe ich bin nicht der Einzige Für den hat wie ein... Clown aussieht Und mit dem... Ich weiß gar nicht... Ist das ein Kragen Oder... Was das genau sein soll Und der bewegt sich auch ziemlich lustig also... Und der bewegt sich auch ziemlich lustig also... Für mich eindeutig der Clown des Spiels... Hä? Wie jetzt keine andere Wahl... Wir haben immer eine andere Wahl... Wir haben immer eine andere Wahl... Ihr seid des Wahnsinns... Ich glaube nicht dass uns das so schnell erzählen wird... Was genau erlauben? Du willst uns Renauer spannen oder... Ok... Klingt vernünftig... Und als allererstes... Wollen wir natürlich nicht mit Odin reden... Sondern wir wollen gegen Odin... Karten spielen... Er hat nämlich eine... Ziemlich seltene Karte... Und dazu muss ich vorher... Die Open-Regel verbreiten... Und das mache ich alles offscreen... Und wenn ich damit fertig bin... Sehen wir uns gleich wieder... So... Wir haben Open-Regel verbreitet... Wie es genau gegangen ist... Das hängt dann immer darauf ab... Wie weit ihr mit eurem Zufallsgenerator seid... Einfach probieren... Also auffordern... Dann während dem Screen abbrechen... Beziehungsweise... Während der Aufforderung schon abbrechen... Irgendwie solche Kombinationen ausprobieren... Mit Safestits am besten... Haha... Und... Dann spielen wir gegen ihn... Und er spielt eine Karte... Wenn er sich nicht... Wenn er sich nicht beim ersten Mal spielt... Dann schneide ich die Versuche dazwischen natürlich wieder raus... Na endlich spielt er sie... Und zwar ist es die Wortkarte... Ähm... Mein Deck sieht, wie ihr bereits gesehen habt... Schon ziemlich gut aus... Also... Ziemlich gut sogar... Ähm... Was spielen wir hier... Sechs kann man nicht zurücknehmen... Spielen wir so... Oh! Das geht sich ja gar nicht aus... Verdammt! Egal... So... Was geht sich hier aus... Ähm... Na... Spielen wir so... Einfach auf sicher spielen... Mit den Karten die man jetzt hat... Sollte man schon... Ganz gut auskommen... Die letzte hole ich mir auch noch... Ah... Oder auch nicht... Egal... Wir haben die Wortkarte... Dazu spielt auch... Also Odin spielt auch... Ziemlich... Ziemlich gute andere Karten... Und zwar... Die wir am meisten brauchen werden... Sind so... Adamantruise Karten... Weil ich glaube die brauchen wir für einige... Äh... Die IHR brauchen werdet... Die brauchen für einige gute... Ähm... Wissen Sie? Oh... Wir können uns das Land anschauen... Die braucht dann für einige gute... Äh... Letzten Waffen... Also die besten Waffen halt... Äh... Okay... Die Übersetzung verstehe ich nicht ganz... Äh... Ja... Das... Arinoa wird quasi nachgebracht... Ähm... Wir gehen... Wir gehen... Wir können zwar... Links geht's noch nirgends weiter... Deswegen gehen wir einfach rechts raus... Also links ist zugesperrt quasi... Da sieht man gar nichts... Und dann zeig ich euch kurz mal die Stadt... Also kurz mal... Es wird eh einige Zeit dauern... Ähm... Das ist jetzt wie gesagt der Palast... Der ist im quasi nördlichen Teil von AESTA... Und AESTA hat... Ist nicht nur sehr groß... Und hat sehr viele lange Wege... Sondern hat auch ein ziemlich tolles Transportsystem... Abgesehen von den... Tollen Aufzügen hier... Und der wirklich tollen... Tschüssig... Wenn's dir wirklich jedes Mal kommt... Wenn man mit dem Ding fährt... Ähm... Ja wie gesagt... Und die... Die Wege... Sind meist... Also sind... In der Regel angeordnet... Mit einem Ring um die Stadt... Also... Einen äußeren Ring um die Stadt... Und dann gibt's zwischendurch noch so quasi Kreuzwege... Hey... Da gibt's gleich einen... Einen Drop... Schauen wir mal was das ist... EIS... Nein, danke... Geht schon... Hab ich schon genug... Wieso ist... Ist Erwin nicht gekoppelt? Kurz mal nachschauen... Erwin ist wirklich nicht gekoppelt... Keiner ist gekoppelt, oder? Ohja... Ne egal... Brauchen wir jetzt noch nicht... Machen wir nachher... Ähm... Was auch wirklich wichtig ist... Hier ist zu verstehen wie das Ding hier funktioniert... Das dann in der Mitte herumschwebt... Das ist nämlich... Ähm... Wir wollen... So R-Station... Das ist quasi so ein kleines Taxi-System... Ähm... Funktioniert wie die Aufzüge... Nur dass es nicht rauf und runter fährt... Sondern quasi seitwärts... Und zwar durch solche komischen Röhren... Bewegt sich deutlich... Also... Damit geht es deutlich schneller durch die Stadt... Als... Quasi nur zu Fuß... Wir sehen schon... Leider spart man sich die Ladezeiten... Zwischen den einzelnen Bildschirmen dadurch auch nicht... Aber wir sind gleich bei der R-Station... Das ist quasi der Flughafen... Oder die Landebahn... Oder wie auch immer... Das wird später noch interessant... Aber... Dauert noch einige Folgen bis dorthin... Hier wollen wir trotzdem etwas machen... Und zwar... Mit den beiden Reden hier... Und das solltet ihr euch merken... Für... Bis glaube ich die nächste Episode... Wir haben heute so viel vor... Das sehen wir heute nicht mehr... Genau... Und vor allem mit dem müssen wir reden... Also mit dem Berater... Der sagt... Wir wechseln uns immer ab... Was es genau heißt... Sehen wir... Oder... Müssen wir mit ihr auch reden? Sagt sie auch nicht... Okay... Ob ich mit dir reden muss... Weiß ich nicht genau... Mit ihm muss man auf jeden Fall reden... Und... Es geht weiter in Richtung... Magie... Boar? Was ist ein Boar? Okay... Da dürfte vielleicht ein A fehlen... Genau... Das Magielabor ist... Odins Labor... Das wir schon mal... Lagunas Traumsequenz kennen... Das ist zwar interessant... Aber... Brauchen wir nicht aussteigen... Das grüne Feld hier übrigens... Ist ein automatisch heilen Feld... Das heißt... Jedes Mal wenn wir hier durchfahren... Oder durchgehen... Wird automatisch voll geheilt... So... Wollen wir jetzt hin... Ähm... Wollen wir eigentlich... Ähm... Wollen wir eigentlich... Wir wollen nicht... Zum Starteingang... Genau... Ähm... Also... Es gibt noch einige andere Screens... Aber... Die sind vorerst mal nicht wichtig... Die werden später noch wichtig... Aber... Hier sehen wir auch linke Seite... Und die rechte Seite... Einen genauen Plan von der Stadt... Sehen wir... Also... Ungefähr einen Plan von der Stadt... Sehen wir nachher auch noch... Das ist übrigens der Ausgang... Hier nach unten geht's raus... Aus der Stadt... Können wir auch ein Auto mieten... Wollen wir wahrscheinlich nicht... Äh... Es geht wieder zurück... Richtung Residenz... Weil... Da fahren wir noch... Beim Shoppingzentrum vorbei... Und da wollen wir aussteigen... Und kurz etwas einkaufen gehen... Glaub ich zwar... Ja genau... Genau... Ich weiss schon... Und zwar... Gibt's... Zwei Sachen... Die wir... Ähm... Nein... Hier wollte ich eigentlich nicht... Oh... Dammit... Ich bin falsch gefahren... Glaub ich... Wow... Ähm... Das war das... Das war das... Falsche... Die falsche Richtung... Egal... Nicht so wichtig... Wir müssten... Wir hätten nämlich... Wir müssten durch den Roten hier gehen... Aber... Tja... So ist das... Hier sind wir quasi wieder... Beim... Beim Präsidentenpalast... Hier links wird's zum... Palastrater gehen... Genau... Und wir wollen eigentlich... Richtung Einkaufszentrum... Wir haben noch vor etwas zu kaufen... Genau... Genauer gesagt... Zwei Sachen... Okay... Was gibt's sonst noch... Genau... Und dann gehen wir zurück zum... Palastrater machen dort auch noch was... Allerdings ist die nächste Folge... Glaube ich fast... Oder dass wir sich nicht mehr ausgehen... Oh ja... Ähm... Genau... Hier steigen wir aus dieses Mal... Das ist das Shoppingzentrum... Äh... Ich glaub... Berichtigt mich wenn ich mich irre... Weil es ist egal zu welchem Shop man geht... Man kommt überall zum gleichen... Auswahlscreen... Und dann kann man erst den eigentlichen Shop auswählen... Ja... Wir wollen natürlich einkaufen... Äh... Online Shopping... Hier haben wir sechs... Äh... 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 Heute... Schlussverkauf... Cool... Da haben wir ja Glück gehabt, oder? Und zwar gibt's hier... Mein Hund, fünf und sechs... Die brauchen wir unbedingt... Und dann... Wollen wir in Cloud's Shop... Das ist der... Also der Itemhändler... Da wollen wir... Hm... Was sind denn die? Äh... Megapille... Ich glaub Megapillen sind das, ne? Die wir brauchen dann später... Megapille... Ja... Es müssten Megapille sein... Äh... Von denen brauchen wir relativ viel... Ich kauf immer mal so viel... Sollte vorerst mal genug sein... Machen wir sonst noch was... Zelte haben wir noch... Naja... Haben wir noch viel noch... Ähm... Genau... Dann raus hier... Okay... Good boy and have a nice... Nice journey... Dann... Richtung Residenz fahren... Und... Bis zuerst... Ah... Ich zeig's doch... Doch ja... Muss ich da rausgehen... Ähm... Die beiden bei der... Bei der Air Station... Also bei der... Beim Flugplatz werde ich jetzt künftig sagen... Weil Air Station ist... Naja... Passt nicht irgendwie... Irgendwie nicht so gut zu den ganzen übersetzten... Sachen hier... Die beiden beim Flughafen... Ähm... Haben nämlich Auswirkungen auf jemanden... Der im Palast sein Unwesen treibt... Oder Unwesen treibt... Nicht wirklich Unwesen treibt... Aber... Zumindest... Äh... Vorzufinden ist... Dazu müssen wir zuerst mal reingehen... Äh... Das wird sicher heute nicht mehr ausgehen ganz... Vor allem... Die Animationen dauern immer sehr lange beim Aussteigen... Okay... Bis vor dem Palast schaffen wir's allerdings noch... Ich hoffe ihr habt jetzt... Genug von Esther gesehen... Vorerst mal... Äh... Weil... Nächstes Mal... Geht's wieder aus Esther raus... Und dann machen wir etwas ganz besonderes... Was das ist... Und wofür wir die ganzen Mega Pin gekauft haben... Das sehen wir nächstes Mal... Wie es das heißt... Let's play Final Fantasy 8... Und bis dahin wünsche ich auch wie immer... Viel Spaß...